assalamu alaikum schaut wir haben sonnenschirm regenschirm so umbrella im typisch verknallt oh mein goodness mit dem regenschirm aha jetzt wirst du auch in jones verknallt ja egal okay wir fahren jetzt los und nach kena wir treffen deutsche ja bin schon ganz aufgeregt weil ich weiß nicht wie das sein wird weil die haben noch kein ticket zurück und bis 8 uhr in kena ist echt lang das ist gar nicht nur mein regenschirm heute regenschirm tag die wollen nicht braun werden weiß die wollen die die blässe behalten das coco sieht so aus okay ja die kinder ist nicht viel da gehen wir essen zum such und dann ist babela und die hitze mit die kinder also da müssen wir gucken anschnallen dritte mal jetzt und die lacht mausi hallo wollte euch nicht anschnallen was war ist der welt in the back you throw it wenn ich mir die day der meinte ist doch wo ist das rote was kann ich jetzt als carnivore in kena machen doch ich werde nur hähnchen essen ohne beilage ohne nix hähnchen bestellen was kann ich jetzt mal die klima anmachen der motor wird heiß das glaube ich jetzt nicht really change das ist doch verarschung spinnt wohl im heißen auto hier und wir bringen die german wir haben alle platz und oben ist die klimaanlage der wind krieg schon sonnebrand und hitzschlag und wir bringen german people in this car und now we cannot open the how come show me show me show me show me i cannot believe this don't make i cannot breathe ich hab schon asthmaspray genommen oh nee und mausi hat schon how many times you throw three four times six times my goodness die hat sich schon sechs mal übergeben oh nein nein draußen aus dem fenster bring water for her here also wir haben jetzt 39 grad aber es werden noch 43 also wir reichen 39 hier schon in kenna ist es noch mal heißer das ist so eine kessel luft sage ich immer weil das ist wie im kessel ist wie safaga innen drin in der stadt oder wie in kairo so richtig drückende hitze kein wind weil alle häuser da sind weiß ich überall häuser da kommt kein wind durch und schose lisee kena ist schön grün und schön heiß so mausi hast wasser ja und jones ist ein biskuit okay und was da jones so aufgeregt ist er darf heute das erste mal von seinem idol äh crymax paul berger limo trinken der heißt ja paul berger oder ha na wie heißt der max heißt der auch max so der trymax heißt auch max der heißt i cry i crymax und trymax also ich glotz ja der trymax mein sohn glotz den crymax i don't know egal so und beide wohnen in hamburg ha mein also mein mein der trymax hat pizza rausgebracht happy slice und der crymax hat paul berger limo rausgebracht so ein getränk kannst du bei edeka kaufen und kaufland und sowas ja und der monte hat gönnerci rausgebracht und was hat er der knossi hat auch was rausgebracht jetzt weiß ich aber nicht mal der hier überall achso warte mal irgendwas mit alge alge hat er rausgebracht alge 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 jeder bringt eine limonade raus hörmer auf was bringen wir raus schei what we bring out machmuth malz wir bringen birell raus keiner kauft malzbier pass auf die uch das ist aber chinesisches gesicht sind chineser da also like a chinese man he looked also was was everybody create a product machmuth lemonade asir and what we will offer ah stinky birell and it's called stinky the love of the smell of love we make knoblauch saft leave me alone ah help you against the vampire fire kommen keine vampire zu euch und versprochen kein talerhohn wird es riechen ha 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 because die die essen alle talerhohns essen knoblauch was meinst du mit den gucci caps ha 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 ah joh schick so und das ist keine bombevoll ne hier, also zum Beispiel gehst du ja zum Zug in die Seitenstraßen. Schau mal die hohen Häuser an. Da kommt keine Luft noch. Das ist ja unter den Häusern. Und dann haben die noch Schirme, dass keine Sonne kommt. Du bist da wie in so einem Schutzding da. Mit einem Gewächshaus. Gewächshaus. Das wachs ich noch. Meine Tochter ist größer als ich. Die Selouan, die ist einen halben Kopf oder einen Kopf größer als ich, gell? Ich seh aus wie ein Zwerg. Und ich bin hierher gekommen. Die waren alle kleine Furzels. Und jetzt bin ich der kleine Furzel. Die Zeit rennt. Wahnsinn. Maschallah. Guck dir das an. Ja. So, wir warten. Noch ein paar Minuten, dann kommt der Bus. Der Lohn ist schon ganz aufgeregt. Ja. Das ist der Zug. Da hinten. Wo ist der Bus? Der Bus, glaube ich, hält auf der anderen Seite. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Warte mal, andere Seite. Aho. Hupsala. Go Bus. Komm, komm. Einer, ihr bleibt im Auto. Das Geld ist hier drin. Aho. Go Bus. Go Bus. You see? Komm. Überfahrt mich nicht, Kerle, neu. Ich habe einen Auftrag. Wer ist fertig? Einigkeit und Recht und Freiheit. Für das deutsche Vaterland. Danach sollt ihr alle streben. Friederlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit. Ich singe die Nationalhymne. Maschallah. Alhamdulillah. Wie geht es euch? Gut. Und du? Maschallah. Maschallah. Yalabina. Oh, seid ihr nass? Geschwitzt. Alhamdulillah. Mach dein Dekolleté ein bisschen zu. Komm. Yalabina. Ja. Ja, bitte. Ja. Wir gehen auf die andere Straßenseite. Maschallah. Schöne Hohasch. Pink. Pass auf. Komm, ich nehme es. Ich nehme es. Der Blackage. Blackage. Aho. Fischernat. Fischernat. Jetzt. Wo ist die Tochter? Aho. Wie heißt du? Kati. Die Kati. Wie alt bist du, Kati? 32. Waha. 32. Sorry. Okay. Okay. Wir machen das jetzt gleich mit der Rückfahrt. Es gibt noch Tickets. Jetzt kommt der Moment. Sie packt die Paulberger Limo aus. Jonas, das ist ein historischer Moment. Ein historischer Moment. Oh, guck mal. Oh. Guck mal, die ist kalt. Die kannst du sofort trinken. Jalla, öfter, öfter. Mach auf. Ja. Hat sie extra für dich kalt. Welche? Das ist Pfirsich. Ohne das Pfirsich. Nimm Pfirsich. Das sind kalt. Ist da Zucker drin? Da ist Zucker drin. Kalorienarm. Keine Süßstoffe. Nein, keine Süßstoffe. Da ist Zucker. Wie schmeckt's? Lass mich mal riechen. Oh, riecht es gut nach Kaugummi. In einem schwarzen Koffer sind sie sehr lecker aus. Keine Süßstoffe. Das ist aber Zucker. Weißt du, mit Zucker ist das. Wenn man Fett, Salz, Eiweiß, davon Zucker, 4,3 Gramm, da bin ich schon raus. Wie nass. Da sind noch mehr im Koffer. Trink. Ich hab noch mehr im Koffer. Die hat sich sechsmal übergeben. Oh, Mausi. Ist das jetzt weg vom Auto? Weil Mamut hat's gewaschen. Einiger. Ah, man sieht noch was. Da. Die hat da Milchreis gefrühstückt. Jalla, jalla, jalla. Und? Lass mich mal riechen. Oh, das riecht richtig gut. Das riecht alles. Ich hoffe, der hat da keine bestimmten... Also ist alles super. Riecht super. Pfirsich ist Pfirsich. Kaugummi. Da ist kein Koffi drin oder so drin. Mir ist das auch egal. Manchmal dürfen die auch. In der Cola trinken. Hier ist ja Ägypten. Wir sind nicht in Deutschland. Da. Was der schon getrunken hat. Hör mal auf. Der hat sich schon Regul gekauft. Was? Ja, das darf er aber nicht. Das ist verboten. Du kleiner Lümmel. Ja. Wie sagt man übrigens? Wie sagt man? Wie sagt man? Wie man in Deutsch sagt? Und wie sagt man? Danke. Die Schwimmdinger habe ich auch nicht. Oh, wir freuen uns. Das machen wir auch im Pool dann. Und dann extra auf Nicoles Nacken legen wir uns in den Pool. Mausi. Und ich. Mahmoud tut gerade Tickets umtauschen. Alhamdulillah. Ja, warum soll ich die nicht mitbringen? Ich habe sie. Ja. Du bist ein Herz und eine Seele, Nicole. Weißt du, was wir heute gucken? Wann habt ihr schon Hunger? Was geht? Ich glaube, ich bin still, weil ich habe es vorbaut. Du kannst es nicht glauben? Ja. Ja. Wahnsinn. Guck mal, der zittert ein bisschen. Zitterst du? Aufgeregt. Ja. Maschallah. Das ist aber nicht Daniel, ne? Hä? Das ist aber nicht Daniel, ne? Nein, das ist ein Seitendings. Mashroor heißt es, gell? Ja. Hä? Ja. Oh mein goodness. Das ist aber auch immer leise. Ja, ja, nicht mehr auffallen. Was? Wie heißt das? Das ist, was machen Sie? Terra. Terra. Terra heißt Erde. Auf Latein. Terra, Terra. Das ist nur für die Felder eigentlich. Ach so. Das geht dann so lang, das ist nicht der Nil. So wie bei euch hinten die Felder mit den Dingern da, ja. Der Nil, ihr seid über die Brücke gefahren. Das war der Nil. Über die große Brücke mit dem Wasser rechts und links. Seid ihr gar nicht drückt? Echt nett? Wir fahren jetzt von der anderen Ecke gekommen. Keine Ahnung. Oh, ist mir schlecht. Es ist mir zu heiß, ehrlich. Boah. Guckt mal, die hat ihren Moroaha dabei. Den Ventilator einfach um den Hals und Stufen kann stellen. Was ist mit dir? So, Dille. Ja, Labina. Alle rauchen da. Cola. Hau weg. Hau weg die... Ah, gell, Jonas. Egal, was die Mama macht, cool bleiben. Mein Saidi. Hä? Was? Nee, das tue ich nicht. Nee. Ja, Labina. Mausischleut lebt hinter mir, weil ich habe ganz viel Geld dabei. Was hast du für Tattoose? Schildi. Oh, eine Schildi, eine Krone. Noch eine Schildi. Wie viele Schildis du hast? Für jedes Kind eine. Wie? Hast du vier Kinder? Oh, wo sind die Kinder jetzt? Habe ich dir noch nicht gesagt, dass ich Oma bin? My stay isn't over. Oh, eine Spinne. Königin. Und da? Mein Sohn. Mein Sohn. Kilian. Jan. Meine Cousine. Was ist Tira? Kim. Kim. Ja, mein... Ja. Das heißt Mahmoud. Du, gell? Ja. Habib, die Jalabina. Jalabina. Kommt. Die sagen Katila. Die denken, du bist Russin. Katila. Harasho, harasho. Erkab. Der sagt, du sollst auf so ein Fahrrad aufsteigen. Gul, erkab, elagala. Komm, lauf vor, lauf vor. Der Typ will das so auf sein Fahrrad. Der nimmt dich mit heim. Wie cool. Ich lache mir krank. Komm. Lauf vor. Du darfst nicht hinten bleiben. Katja. Katja. Anja, wie ist dein Name? Katja. Katja. Immer vorne. Nee, Alatul. Wir gehen gerade aus. Geht ihr vor. Allahu akbar. So. Guck mal hier. Masha Allah. Welcome to Kena. Die verstehen kein Wort. Das ist so cool, wie der läuft. Hier braucht ihr ein bisschen Chicken. Masha Allah. Nett? Wieso nicht? Super. Super Chicken. Wir essen nachher. Immer gerade aus. Hallo. One minute please. Guck mal. Bitte guck, der Kleine. Oh, jetzt riecht man Tiere. Oh, die Tiere hier. Riecht ihr das? Das ist der Tiershop. Kinshuki, Masha Allah. Schmeckt es gut. Schmeckt gut, ja. Masha Allah. Guck mal, der kann Deutsch. Wow. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts kommt ihr. Schmeckt gut. Masha Allah. Schmeckt Patata. Schmeckt Patata. Süß Kartoffel. Dieser Mann ist Keda. Masha Allah. Lahu me berik. Ey, wie das? Die schreien alle nach dir. Nach mir? Nach euch. Nach dir? Was hat er gemacht? Den Mann nachgemacht? Ja. Okay. Okay. Was hat sie gesagt? All die Ohrringe im Gesicht. Guck mal. Die hat schon so gesagt. Kulle. Ganze Ohrringe, was du da im Gesicht hast, hat die Frau gesagt. Oh, mir ist warm. Ja, und du willst bis 8 hier bleiben. Stell dir mal vor, du wirst mir nachher dankbar sein. Glaub mir. Ich bin auch, ich zerschmelze und ich wohne hier. Das ist richtig heiß. Was ist da drin? Hoffentlich nichts. Nichts. Hamdulillah. So. Schauen wir, schauen wir. Oh, da ist sein Entschuldigung. Allahu Akbar. Guck, da hängt das Fleisch. Mascha Allah. Hab ich schon in Videos gesehen. Hast du, Jonas? Guck mal in der Hand. Oh, meine Süßen. Mascha Allah, die Limone. Pass auf. Die sind aber auch schon fertig. Ja, die schwitzen. Das heißt Ausländer, Ausländer. Ich kann Arabisch, pass auf. Die sag bitte. Immer geradeaus. Oder was? Wir gehen so. Geht ihr vor, dass ich alles im Blick habe? Braha. Langsam. Kuhfüße. Hawara. Keda. Keda. Hawara. Egyptian traditional. Ich muss mich mal sitzen. Jetzt schon? Ich muss mich im Schwinn lichen. Ah, ho. Mö, mö. Mö, mö. Mö, mö. Kursi, Jäi Däicha. Jäi Däicha. Enti Gentleman, shukran. Yes. Yes. La, Massri. Massri gib Kursi. Enti misch Massr. La, Massri. La, Massri. Wir reden nicht mit dem, der will keinen Stuhl geben. Ich habe gesagt, wenn du ein Ägypter wärst, würdest du aufstehen und den Stuhl geben. Dann sagt er, er ist Ägypter. Guck mal, du bist jetzt schon kaputt. Für er, für Hagar. Guck mal, das Gesicht. Oh mein Gott, da ist ein Schafskopf. Trink doch was. Trink mal was. Das ist ein Schafskopf. Mutti, Mutti. Die Maya Bass. Maya. Maya Minalmani. Maschallah. Rekt der Typ mich auf. Komm, wir müssen hier weg, sonst schlage ich dem eine rein. Oder er mehr. Komm, komm. Ganz unfreundlicher Typ. Mein Mann, wenn der das Video sieht, der sucht den. Komm. Genau, komm. Jalla. Wir suchen uns einen Gentleman, wo man sitzen kann. Jetzt haben alle gesehen, was für ein Typ ist. Ist dir richtig schlecht? Wir sind schwindelig. Du bist knallrot. Trag die Tasche du, ja. Habibti, wenn du mich mal umkippst, müssen wir ins Krankenhaus. Nein. Oder wirst du hier verkauft wie der Kopf. Komm mit, komm mit. Was hast du da verfolgt? Ja, Labina. Die gucken euch an, die haben das noch nie gesehen. Du hast halt kein T-Shirt an, weißt? Bis hier, deswegen. Ich hab nix bis da. Egal, nix. Läufst du auch so. Ha, ja, egal. Komm. Guck mal, wie die filmt. Wenn die filmt, filmen wir auch. Mashallah, Mashallah, Mashallah. Ajoa. Das müssen wir gleich zurückfilmen. Die filmt dich, ich film diesig. Und dann hat sie sich versteckt. Kuddeln, guck, kuddeln. Und Ohren. Lecker. Mashallah, Mashallah. Schipp, schipps. Ja, Mause will jetzt hier nicht kaufen. Ah, okay. Und wir müssen jetzt auf dich gucken, dass du einen guten Platz findest im Schatten. Und der Typ war ja frech. Ich hab gesagt, wenn du ein Ägypter bist, ein Gentleman, dann stehst du auf und gibst dir den Stuhl, sagt er, ich bin ein Ägypter. Also, so frech. Also, nee. Warte mal, hier vielleicht irgendwo. Meinst du hier? Können wir hier sitzen? Malesch. Laufen macht. Heya, dauha. Munkin. Oh Gott, viel kurz ist schweig. Eiba, du da. Setz dich mal da rein. Heya, dauha, halle. Sashan, har. Munkin, misch die? Die, die Achsen. Nee, der bringt den Stuhl. Quais chales chukran. Guck mal, da kannst du dich draufsetzen. So. Barakalaufi, chukran. So, hock dir noch was auf. Hoffentlich passiert jetzt nichts. Langsam, langsam. Ja, ich komm auch. Ich muss mir auch noch hocken. Und du sagst dir schwindelig. Ha? Le, ent ist sauer. Au, ent ist sauer. Ma bad. Du bist aber auch ziemlich schüchtern, Kati. Äh, das ist... Das täuscht. Am Telefon warst du ganz anders. Jetzt ist sie ganz ruhig. Guck. Ja. Am Telefon... Ich hab gedacht, die wär 18 oder so. Nee. Am Telefon, ich wusste ja nicht, wie alt. Keine Ahnung. Na, Facebook, na. Haram. Aywa. Einer Saidi kam an, mit Gowels, mit Gowels, Hena. Einer Aisha, Hena. Naga Hamadi. Mischu misch gillen, Habibti. Juhu. Ein Bibi. So. So. Fertig. Wir bringen nix in Facebook, nur YouTube. Ha, sag mal. Die zeigt dein Gesicht jetzt allen Verwandten. Nein. Dann können... Natürlich. Warum filmst du dich? Die zeigt jetzt allen euer Gesicht, die sie kennt. Und das machen die. Und so viele Leute, die die gucken, zeigen, zeigen wir auch. Ist doch egal. Alles gut. Guck mal uns. Hallöchen. Hi. Ich hab mich heute schick gemacht. Das habt ihr noch gar nicht gesehen. So. Weißt du was? Ich zeig dir jetzt meine Bilder, wie ich früher ausgesehen hab. Echt? Ich darf die sehen. Du darfst sie sehen. Und deine Tochter. Boah, cool. Aber. Ah. Wir gucken. Uh. Meine Augenbrauen. Ich bin ganz... Guck mal, das schweißt. Da brauchst du nix mehr. Da brauchst du nix mehr. Aber du wirst auch schon ganz rot. Ja, ich bin auch. Ich sag dir, die Hitze hier ist... Deswegen geh ich ja nicht raus. Ich hab mich ausgezwungen für dich. Für euch. Also. Jetzt. Ah. Sauer. Ah, jetzt wolle sie nicht. Die wollten dich filmen. Hab ich gesagt, wenn ich dich filmen darf, darf ich... Dann wollen sie sich nicht filmen lassen. Ja, Labina. Komm. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Genau, so sieht's aus. Mhm. Shukran kawara hellu. Ah, juhu. Kawara. So, mein Sohn hat sich schon aufgeregt, wir sollen gehen, weil da sind alle um uns rumgestanden. Das mag er nicht. Sobald wir stehen bleiben, kommen alle. Und die wollen ein Video machen von der Tochter mit den Ringen. Die sagen auch alle... Guck mal, überall Hühner... Äh, Kuhfüß. Keine Hühnerfüß, Farida. Oh, Masha'Allah. Nee, die schläft. Die ist satt von dem ganzen Lachm. Masha'Allah, Al-Otta. Geht er? Der läuft uns doch schon von Anfang an hinterher. Also, ne, geh nach Hause, sag ich. Jalla, Bett, komm. Bett, komm. Tschüss. Jetzt geht er für leicht, wörtlich. Jalla, Bett, komm. Aber der Zitzen hat gut getan. Geht wieder. Geht wieder, super. Ja, ich muss mich auch mal hinsetzen, kurz. Wart. Hallo, Balak. Ist der süß, der Mann. Masha'Allah, Masha'Allah. Hahaha. Da ist einer drauf. Guck mal, wie die alle... Tomaten, Tomaten. Aha. Ah ja, jetzt können wir gehen. Was macht denn der da oben? Heide, bim, bam. Siehst du? Schöne Hitze. Der lacht mich tot. Du bist fix und alle. Hey, how are you? How are you? I'm good and you? I'm fine. Thank you. Thank you. Aha. Normalerweise sind wir immer die, die gucken. Ja, die schon hingefallen vor lauter gucken. Du. Masha'Allah. Guck, hier brauchst du... Hier musst du aber aufgucken auf dem Boden. Kann immer was sein. Mango. Wollt ihr Mango haben? An meinem Hotel auch. Okay. Wie du willst. Aber ich hab jetzt auch gar keinen Bock, irgendwo stehen zu bleiben. Ja. Es ist eine brütende Hitze. Wenn du läufst, geht's noch. Mama, ich möchte dich holen und du gehst fahren. Nee. Oh, das Kleid ist auch schön. Aber wisst ihr... Ja, das stört mich, dieses... Weißt du, das... Ja, das ist so... Das kratze ich, aber... Das ist eine schöne Sache. Ich liebe das. Masha'Allah. 90? 90. 90, ne? Masha'Allah. Du kannst Zahlen lesen. Also jetzt wird's mir auch schlecht, ein bisschen, gell? Muss ich sagen. Ich glaube, ich... Es ist brutal. Guck mal, es drückt die Hitze, gell? Man will's gar nicht sagen, aber... Ein bisschen Luft kommt. Von dem ganzen Schwätzen wird einem auch schlecht. Jonas ist noch da, ja. Haben die Leute sich beruhigt? Nichts, Russja. Die können nur Harasho sagen. Weißt du, hallo. So, ich glaube, wir müssen wieder zurückgehen. Oder ich muss gucken, wo wir rauskommen. Ich guck mal, ich ruf mal meinen Mann an. Ich ruf mal meinen Mann an. Was ist das? Was ist das? Ein Baby. Ein Baby, Masha'Allah. Masha'Allah. So. Ich hab gestern einem arabischen kleinen Mädchen, anderthalb Jahre alt, hab ich gerettet. Wo denn? Bei uns im Restaurant. Die hat so, in der Kinderecke, war am Tisch und war da am rumhampeln und der Stuhl kippte weg. Und mit einer Ecke so und dann so. Und ich hab nur gesehen, aus dem Augenblick, die Mutter kommt und ich so und hing dran und erst mal, wo das Kind wurde. Hamdolillah. Hast du schon gedreht? Ja. Oh, deswegen glotze ich dir. Du hast gerade die Story verzählt. Ich hab's nicht gesehen. Jetzt muss ich noch mal nicht stoppen. Nee, lass, das reicht. Yunus ist schon auf 180. Der beißt sich schon die Finger. Die hat eine Zigarette gedreht. So. Brauch dich nicht schämen. Das ist normal. Alles gut. Alles gut. So, jetzt warten wir auf Mahmoud. Finn, Mahmoud. So, meine Lieben, und wie es weitergeht, seht ihr morgen. Das ist die Zukunfts-Kadiga. Und morgen seht ihr einfach, wie wir auf dem Zug weitergehen und was wir essen und, und, und. Es ist eine Bullenhitze. Subhanallah, bis die Tage, Mahmoud. Bye, bye. Moin, Moin.